So, gleich geht es los, so gleich geht es los. Ich bin jetzt beim Zahnarzt und werde gleich eine Mini-OP bekommen. Durch das Hydrogenwasser habe ich gar keine Angst, ich kriege so viel Energie, so viel Freude vor dem Zahnarzt, wie noch nie. Das ist toll, Osmosowasser mit Hydrogenwasser, das ist die beste Option. Haben Sie auch Angst vor dem Zahnarzt? Bitte schön, die Praxis hier hat die Qualität Praxis Plus, das habe ich gerade gelesen im Warteraum, das ist toll. Wissen Sie, ich kriege ein paar Spritzen und die Betäubung muss irgendwann weggehen und ich trinke nachher mein Hydrogenwasser und das geht raus. Danke, auch für die Erlaubnis, dass ich das hier drehen durfte, ja, das ist toll, das mache ich hier in der Praxis. Dr. Guthardt, hier in Soltau, das ist toll. Einen schönen Tag euch und ich berichte, wie es war. Danke.